Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14, in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert, ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig, das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch, die Burschen schneidig, die Dirndl sitzam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals, denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Bis zum nächsten Mal.